Neues Thailand. Zehn Dinge, die sich in den letzten fünf Jahren verändert haben. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Meile in Thailand. Da ist wieder Mario aus Bangkok und in diesem Video werde ich über Veränderungen sprechen, die Thailand in den letzten fünf Jahren durchgemacht hat. Warum mache ich dieses Video? Es gibt Leute, die vor zehn, sieben oder acht, wie auch immer, egal wie vielen Jahren in Thailand waren, im Urlaub, Ferien gemacht haben oder Thailand bereist haben und diese Leute würden vielleicht gerne wieder einmal Thailand bereisen und fragen sich jetzt, ist dann Thailand überhaupt noch so, wie es früher war? Weil es ja in den letzten fünf Jahren viele Änderungen gab, das aufgrund einer militärischen Regierung, also die Armee hat das Land regiert und hat natürlich auch sehr vieles geändert. Und in diesem Video spreche ich genau über diese Änderungen, dass du zu Hause, du als zukünftiger Thailand-Urlauber dir ein Bild machen kannst, was dich in Thailand heute erwarten wird. Und wenn du weitere hilfreiche Tipps, Tricks und Informationen über Thailand möchtest, dann überlege dir, den Kanal zu abonnieren, denn hier findest du alles über Thailand. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir doch gleich los mit dem ersten Punkt und das ist das Nachtleben. Nachtleben in Thailand. Früher war Thailand, man kann fast sagen, 24 Stunden aktiv. Also ob du nach Pattaya bist, an die Walking Street oder nach Phuket, Pathong oder auch Soi Nana, Soi Cowboy in Bangkok selber, du hast immer 24 Stunden Party gehabt. Und das Nachtleben, für das ist Thailand auch bekannt oder war bekannt. Und das hat sich geändert. Also heute ist das Nachtleben zwar nach wie vor sehr interessant, aber es ist bei weitem nicht mehr so, wie es vorher vor sechs Jahren oder fünf Jahren und länger war. Die Beizen, die Bars und das Ganze, die haben meistens nur noch bis maximal 0000-200 geöffnet. An vielen Orten schliessen die Bars aber bereits um Mitternacht. Dann ein weiterer Punkt, der auch nicht mehr so ist wie früher, wobei sich aber in meinen Augen eher positiv verbessert hat, sind die Strände von Thailand. Die, die es noch kennen, die wissen, dass man vor sechs Jahren oder fünf Jahren, wenn man an einen Strand gegangen ist, vor allem in Phuket, was ganz extrem, Pattaya teilweise auch, man hatte kaum noch Platz am Strand. Überall waren Liegestühle, überall waren Strandverkäufe. Es war alles komplett zugestellt mit Liegestühlen und Tischen. Also man hatte eigentlich dann nur noch ein paar wenige Meter Sandstrand, die man nutzen konnte für ein bisschen Spass und Spiel. Und das hat sich heutzutage auch geändert. Liegestühle gibt es nur noch ganz wenige und die sind limitiert. Also die Touristen, wenn eine grössere Anzahl Touristen an die Urlaubsorte reisen, dann kann es gut möglich sein, dass man keine Liegestühle zur Verfügung hat. Es gibt nach wie vor Liegestühle, es gibt nach wie vor Holzstühle, die man mieten kann, aber es ist nicht mehr so wie früher, dass der ganze Strand mit Liegestühlen übersät war und man überall dort einfach problemlos hinliegen konnte. Für diejenigen, die natürlich Kinder haben oder gerne auch am Strand ein bisschen spielen, Fussball, Volleyball oder weiss ich, was es da alles gibt, für diejenigen ist die Situation sicher viel besser als früher. Dritte Veränderung, die auch sehr sehr speziell ist, sind die ganzen Strassenküchen. Thailand ist bekannt für ihre guten Strassenküchen, für ihr super gutes thailändisches Essen und ich war vor zwei Wochen in Bangkok am sogenannten Pratunam Markt, das ist so ein grosser Markt, wo man Kleider kaufen kann. Und ich war wirklich schockiert, dass dort praktisch sämtliche Strassenküchen an der grossen Hauptstrasse verschwunden sind. Gibt es nicht mehr. Für diejenigen, die früher schon mal in Bangkok waren, die kennen es, überall, alle zwei, drei Meter hat es eine Strassenküche gehabt, wo man Hühnchen kaufen konnte. Schweinefleisch, Dessert, Pancake, also wirklich Früchte, Gemüse, einfach alles. Es war überall erhältlich. Und heute haben die ganzen Strassenküchen, die wurden in die Seitenstrassen verlegt, aber es gibt natürlich noch gar nicht mehr so viele wie früher. Also die Zahl hat sich nicht einmal halbiert. Es sind sogar viel, viel weniger. Was die Leute heute machen, die früher eine Strassenküche gehabt haben, weiss ich nicht. Aber man kann auf jeden Fall sehen, wenn man Bangkok oder auch andere Orte in Thailand bereist, es hat viel, viel weniger Auswahl und viel, viel weniger Strassenküchen als früher. Was ich eher ein bisschen schade finde, weil das ein bisschen das Markenzeichen war. Dann kommen wir zum vierten Punkt. Eine vierte Veränderung und das ist eine aktuelle zurzeit. Das ist die thailändische Währung, der thailändische Bad. Da habe ich auch schon in den letzten Videos darüber gesprochen, darum fasse ich das hier kurz. Aber es ist auch für Thailandreisende interessant zu wissen, dass im Moment der Thai-Bad sehr stark ist und voraussichtlich auch nicht abgewertet wird. Auch Massnahmen, so wie jetzt auch heute wieder die thailändische Regierung angekündigt hat, werden erst auf Ende 2019, Anfang 2020 voraussichtlich ergriffen. Also man kann davon ausgehen, oder ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Thai-Bad für die nächste Ferienperiode, also Anfang 2020, Ende 2019 noch stark bleibt. Und im gleichen Zuge ist der Euro auch nicht so stark, also der wird ja immer schwächer, was dazu führen wird, dass euer Urlaubsgeld zurzeit ein bisschen weniger Wert hat. Dann kommen wir zum fünften Punkt. Das ist ein ähnlicher Punkt, passt fast zur Währung, aber es sind die Preise. Die Preise im Moment steigen an, weil es wirtschaftliche Probleme gibt, das Leben wird teurer. Und gerade auch heute habe ich in den Zeitungen gelesen und heute Abend werde ich es sogar noch selber erleben. Meine Frau hat es mir schon bereits mitgeteilt, dass der Sticky Rice, das ist der klebrige Rice, den man an den Strassenküchen kauft und dann zu Fleischgerichten isst. Oder auch zum Beispiel zu Mango, es gibt auch süsser Sticky Rice. Der Preis hat sich von gestern auf heute verdoppelt. Also für ein kleines Plastik-Säcklein mit klebrigem Rice hat man vorher fünf Bad bezahlt. Und heute, jetzt zum aktuellen Moment, kostet es zehn Bad für ein kleines Säcklein. Und das hat mehrere Gründe. Einerseits die Trockenzeit. Im Nordosten regnet es zurzeit praktisch nichts. Und die grossen Flüsse, die sind fast komplett ausgetrocknet, was dazu führt, dass die Bauern kein Wasser haben für die Reisfelder. Und somit der Preis von Rice massiv steigt. Also eben, ihr habt es gehört, er hat sich verdoppelt. Und es ist nicht nur der Rice, das ist jetzt einfach ein Beispiel von vielen. Also die Preise im Moment, die steigen sukzessive an in allen Bereichen. Auch Steuern, Abgaben, alles steigt alles. Das Taxi-Preise ebenfalls, die wurden auch erhöht. Vor allem auch die Taxis, die vom Flughafen Suwanapum dann die Urlauber an ihre Destination bringen. Also auch das kalkuliert das, dass Thailand aufgrund der starken Währung und auch des Preisanstieges ein bisschen teurer wird als in der Vergangenheit. Jedoch im Vergleich zu anderen Urlaubsländern, vor allem in Europa, USA oder wo auch sonst immer, ist Thailand natürlich nach wie vor sehr günstig. Dann der sechste Punkt. Der sechste Punkt, das ist die Korruption. Korruption in Thailand, das war ja in der Vergangenheit, hat das einfach ein bisschen dazu gehört. Also viele von euch, die kennen es wahrscheinlich noch, irgendwo mit dem Motorrad auf einer Insel unterwegs oder auch in Bangkok, Partaya-Buket, wo auch immer. Und dann wurde man von einem Polizisten angehalten, weil man keinen Helm angehabt hat oder auch über keinen gültigen Führerausweis verfügte. Und dann musste man in der Regel vor Ort am Polizisten einen Geldbetrag abdrücken. In der Regel waren es so 200 Baht und dann konnte man weiterfahren. Da gab es auch ganz lustige Szenen aus meinem Freundeskreis. Einmal da eine Kollegin, eine Thailänderin, die ich schon länger kenne, die wurde mal von der Polizei angehalten und wurde nach ihrem Führerausweis gefragt. Und sie hat dann gesagt, dass sie gar keinen hat. Also die lenkt schon seit über zehn Jahren ein Auto in Thailand ohne Führerschein. Die hat die Prüfung gar nie gemacht. Und ich habe dann auch gedacht, oh, okay, das gibt jetzt riesige Probleme. Und sie musste dann eine Strafe bezahlen vor Ort am Polizisten. Das waren 500 Baht. Und konnte dann weiterfahren. Also sehr speziell, ohne gültige Fahrerlaubnis. Sie musste nur eine Strafe an den Polizisten. Also wahrscheinlich war es Bestechungsgeld, Schmiergeld, wie man dem auch immer sagt. Hat ihm dann 500 Baht bezahlt und konnte weiterfahren. Bei uns wäre es ja so, wenn du ohne Führerschein erwischt wirst, dann kannst du auf jeden Fall nicht mehr weiterfahren. Weil du bist ja gar nicht fahrberechtigt und drakonische Strafen. Und hier einfach für die Leute, die früher das gemacht haben, also den Polizisten bestochen haben und heute nach Thailand kommen, unterlässt du das bitte. Das geht heute in den meisten Fällen nicht mehr. Klar, irgendwo ganz, ganz weit draussen in der Pampa ist das nach wie vor möglich, gehst du mal davon aus. Aber die Gesetze wurden massiv verschärft. Und ich würde es nicht machen, weil ich könnte damit massive Probleme bekommen. Dann zum siebten Punkt. Siebten Punkt sind die Nationalparks. Es hat sich auch in diesem Bereich viel verändert. Und zwar hat die neue Regierung auch erklärt oder die Absicht, die natürlichen Ressourcen in Thailand zu schützen. Was ich auch absolut in Ordnung finde und selber auch unterstütze. Als Beispiel ist hier die Maya Bay. Maya Bay ist auf Koh Phi Phi. Eine Inselkette in der Andamanensee, wo der Film The Beach mit Leonardo DiCaprio gedreht wurde. Und dort hat ja der Massentourismus schon vor 10 oder sogar noch länger, 15 Jahren, massiv eingeschlagen. Und man konnte dort an diesem einsamen Strand, wie man es in dem Film The Beach sieht, konnte man jeden Tag 10.000 von Touristen antreffen, die mit Booten hin und weg gefahren wurden und alles komplett zerstört. Also die ganzen Korallen wurden zerstört, Abfall, Dreck, alles ins Meer. Komplett, also es war wirklich nur noch schlimm. Und die Maya Bay, dieser Strand, ist jetzt schon seit mehreren Monaten gesperrt und wird auch voraussichtlich nicht mehr geöffnet. Nämlich, man möchte, dass sich dort die Unterwasserwelt wieder erholt. Und das ist nicht nur bei der Maya Bay so, sondern auch bei verschiedenen anderen Nationalparks. Natürlich bei weitem nicht alle. Also die grossen Nationalparks wie zum Beispiel Khao Sok und Similens, die sind nach wie vor offen. Aber viele kleinere, schöne, die sind gesperrt. Beachtet auch das, wenn ihr nach Thailand reist, vielleicht habt ihr Pläne, ihr möchtet gerne nach Pippi. Pippi ist nach wie vor offen, aber eben Maya Bay, dieser Abschnitt, diese Insel dort, ist gesperrt. Einfach, dass ihr das auch berücksichtigt. Dann ein weiterer Punkt ist die Strafverfolgung. Und das finde ich ein sehr, sehr positiver Punkt. Strafverfolgung in Thailand hat sich massiv verbessert. Und zwar, was meine ich mit massiv verbessert? Ich erkenne es von vielen Geschichten, auch in meinen Videos, die Serie Thailand, Himmel oder Hölle. Für die, die sich interessiert, erzähle ich auch Geschichten über Thailand, über Menschen, die alles verloren haben oder auch positive Geschichten. Und vielfach bei den Menschen, die in Thailand alles verloren haben, ist das Problem, dass man, wenn man über den Tisch gezogen wurde, betrogen wurde, dass man eigentlich nie so richtig Hilfe von der Polizei bekommen hat und die Gesetze einfach so schlecht waren oder einfach nicht durchgesetzt wurden. Und die Kriminellen schlussendlich immer gewonnen haben, wenn man so will. Also sie wurden eigentlich gar nie richtig strafrechtlich verfolgt. Das habe ich das Gefühl, das hat sich jetzt in den letzten Jahren massiv verbessert. Also man sieht, auch wenn man zur Polizei geht, Anzeige erstattet, die Polizei nimmt einen eher ernst, als es in der Vergangenheit war. Das Ganze wird aufgenommen, es wird auch untersucht, man muss kein Bestechungsgeld mehr bezahlen, dass die Polizei sich den Fall annimmt. Und man hört auch immer wieder, immer mehr von positiven Ereignissen, also von Fällen, die aufgeklärt wurden. Es werden Touristen im Fernsehen gezeigt, die Anzeige erstattet haben wegen Betrügereien und der Täter nachher auch verhaftet, also festgenommen wurde und zur Rechenschaft, vor Gericht gebracht wurde. Und das muss ich sagen, das hat sich aus meiner Sicht wirklich massiv verbessert. Und das ist ein positiver Punkt, also auch für diejenigen, die vielleicht noch die Einstellung oder den Glauben haben, ja in Thailand, wenn man bestohlen wird oder betrogen wird, das bringt so oder so nichts, zur Polizei zu gehen. Vergiss das, geht zur Polizei, macht Anzeige. Es gibt ja jetzt auch die so spezielle Departments, Special Investigation Division in Bangkok, die sich auch solchen Fällen annimmt. Dann noch die neunte Veränderung in Thailand und das ist auch eine, die ich auch sehr, sehr gut finde. Vor allem für diejenigen, die Tiere gerne mögen. Ich mag Tiere gerne und man sieht ja auch vielfach in den Foren im Internet über Leute, die fragen, wie schaut es aus, ich möchte gerne so ein Elephant Sanctuary besuchen gehen und dort schauen, also mit den Elefanten ein bisschen spielen oder im Norden kann man in den Flüssen mit Elefanten baden gehen oder auch früher der Tigertempel, das war ja den meisten von euch wahrscheinlich auch ein Begriff. Und bei den Tigertempeln hat man ja, oder sagt man zumindest, dass die Tiere dort betäubt werden, damit die Touristen mit ihnen Fotos machen können. Also die werden auf übelste Art und Weise angeblich mit Medikamenten vollgepumpt, damit sie ruhig sind und dann legen sich die Touristen neben die Tiger und können sich so ablichten lassen. Und da hat sich auch viel getan in den letzten fünf Jahren. Man liest immer wieder in den Zeitungen oder sieht im thailändischen Fernsehen, dass Leute, vor allem Touristen, aber auch Thais, wenn sie so etwas feststellen, dass Tiere misshandelt werden oder nicht gut behandelt werden, dass man dann die Polizei alarmieren kann. Die Polizei kommt in den meisten Fällen auch und wird sich dem annehmen. Und auch in diesen Bereichen gibt es drakonische Strafen auch, also für Thais und für Ausländer. Es wurde erst vor kurzem ein Ausländer festgenommen, der seinen Hund misshandelt hat. Und jemand hat ein Video gemacht und das dann auf der thailändischen Polizei und in Facebook veröffentlicht. Und dann gibt es gerade aktuell einen Fall, wo mehrere Hunde misshandelt wurden, beziehungsweise nicht gefüttert wurden und völlig abgemagert in den Medien gezeigt wurden. Da hat sich sogar der König selbst, hat sich den Hunden angenommen und hat diese Hunde adoptiert. Also ihr seht wirklich im Moment, es schaut wirklich so aus, dass Thailand ein Herz für Tiere entwickelt. Klar, es gibt überall noch Missstände, die gibt es auch in Europa. Aber grundsätzlich für diejenigen, die irgendwas feststellen, es ist heute so, man muss nicht mehr wegschauen und einfach die Faust im Sack machen. Nein, man hat heute hier die Möglichkeit, das Ganze zu melden, der Polizei und dann in der Hoffnung natürlich, dass dann auch was gemacht wird. Dann kommen wir noch zum zehnten Punkt und das ist da ein Punkt, der im Moment vielen Leuten ein bisschen Kopfschmerzen bereitet und das aber die Touristen, beziehungsweise du wissen solltest, wenn du nach Thailand reisen möchtest, sind die sogenannten Aufenthaltsmeldungen. Du bist jetzt verpflichtet, im Moment ist es so, dass du, wenn du in Thailand bist, deinen Aufenthalt der Immigration melden musst. Und das geht im Moment folgendermassen so, dass wenn du nach Thailand reist und du gehst in ein Hotel, dann macht das in der Regel das Hotel. Also das betrifft dich dann nicht gross. Wenn du aber irgendwo bei jemandem übernachten möchtest, einen Freund oder in einer Wohnung bei jemandem, der nicht offiziell als Hotel gilt, dann ist dieser verpflichtet, eine sogenannte TM30, eine Aufenthaltsmeldung abzusetzen und du musst schauen, dass er das macht. Dazu habe ich auch schon Videos gemacht. Schau doch einfach mal bei meinen älteren Videos rein, damit du Bescheid weisst, wie das mit TM30 funktioniert. Oder sonst wie immer, zu all den 10 Punkten schreib deine Frage bei mir in die Kommentare beim Video, ich werde sie selbstverständlich beantworten. Gut, es fängt an zu regnen, gerade Glück gehabt, fertig mit dem Video. Lass mir einen Daumen hoch da, wenn die Informationen für dich hilfreich waren. Dann willkommen auch auf dem Kanal, du kannst ihn sehr gerne abonnieren, kostet nichts, wenn dich Thailand interessiert. Und dann wünsche ich dir noch eine gute Zeit, natürlich schönen Urlaub, wenn es nach Thailand geht. Und vielleicht bis zum nächsten Video. Tschüss. 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 Tschüss.